Berlin ist eine Kulturstadt mit drei Opernhäusern und die komische Oper wird das zweite Opernhaus sein, das demnächst neu gebaut und saniert wird. Wir haben einen Wettbewerb absolviert, der ein Ergebnis hat, das ich fantastisch finde. Es ist eine anspruchsvolle Architektur im Neubau und es ist eine kluge Architektur für die Sanierung dieses wundervollen Altbaus hier. Besonders beeindruckend an diesem Prozess war, dass sich alle, und zwar sowohl die Stadtentwicklungsverwaltung, die die bauen werden, als auch die Denkmalschützer, vor allen Dingen aber die Nutzerinnen und Nutzer hier in der Oper am Ende einig waren, sich über den Siegerentwurf wahnsinnig gefreut haben in einem Prozess, der anstrengend war, aber spannend und am Ende zu vier tollen Entwürfen geführt hat und einem ersten Platz, auf den wir uns wirklich alle freuen.